Ach da kriecht was Hawaii hemmt Joe Übrigens Pilze wachsen an den Wänden Oh cool An der Decke auch und auf dem Fußboden Kommt da denn wenigstens auch eine sinnvolle Anzahl raus, wenn du die abbaust? Zwei und auf dem Beet Ja geil Auch, nee drei Auf dem Beet sind es drei Aber nur wenn du das gelingenst hast, oder? Hier gedüngt Nee Okay Ist nur gefurcht Glaub ich Ja Mit der Hake einfach durch Ich bin 327 Mal Forged Ironen Ich bin 327 Mal Forged Ironen Ja, was ich denke ich bin gekommen sein So Oh Da hat noch einer einen Trader gebeten. Oh, das ist aber ein Trader. Okay. Das war's. Das war's. Oh, okay. Oh, okay. Hänge Moos, hänge Moos, hänge Moos. So, mal noch fast 10.000 Concrete-Mex angestellt. So, jetzt bin ich bei Essen bei Null. Jetzt nehme ich eine Roasted Bear Pie. Jetzt springt es auf 83 und dann füllt es perfekt. Hey, möchte Essen? Perfetto. Stacheldrahtzaun in the morning. Stacheldrahtzaun in the morning. Andi, kannst du 14 von den Glas-Dingern machen? Äh, Glas-Blöcke? Äh, die, die ich hier auch in der Decke habe? Oder diese gepanzerten? Das ist eigentlich egal. Ich will nur für oben so Glas-Blöcke reinmachen. Dann nehme ich das Dusch-Glas, weil da kann man besser durchgucken. Dusch das. Dusch das, das Dusch-Ass. Bröckeldi und Frederik. Und hier, du bist. Lebensart. immer diese aggressiven nachtbahnen hauen die künstlern türen ein jetzt regnet es im richtigen leben da schneit es draußen wie gesagt habe ich steig die nacht ins auto heute morgen und denk was ist da so ganz feiner film auf meiner scheibe da war das schnee und heute ich ausstehe rollo so mache lakaball schnee schnee war das alles schnee 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 das geht noch ein bisschen looten nee du musst dein nachbarn ach so ja heute ging das heute haben wir nur gesägt nur gesägt in anführungszeichen da wurde wüste in der nähe ne guck ich weiß sogar die mais einsammeln für die dienstfallen hier ich kann nicht unseren abernten haa haa Das Becher brauche ich nicht, du Arschgeburt, Archtex, Fetischist. Oh, da bleibt schon wieder einer. So, gib mir den Rucksack. Nur Mist lassen die fallen, nur Mist, ich brauche Sand, brauche ich, um mehr Dings zu bauen hier. Stahlbeton. Ich brauche endlich Skillpunkte, das heißt ich müsste eigentlich mehr Level bekommen. Gibt es nur diese sieben Workbenches, die man beim Suchen findet, also jetzt, wenn ich da jetzt, das Eintippe Workbench, nur die sieben Stück, oder gibt es noch mehr? Das müssten eigentlich alle sein, heißt nur. Du kannst ja auf jeden Fall, Christy, auch bei der Quest. Wenn du die Quest auch nachmachst, bekommst du die auch, die Workbenches. Welche? Alle. Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Achso, alle Workbenches, ja. Alle Workbenches kriegst du. Achso. Bei jedem Beruf kriegst du eine dazu. Ja gut, ich habe aber schon Quests verkackt, beziehungsweise die Belohnung nicht bekommen, weil das Inventar voll war. Ja gut. Ja gut. Okay, also her. Also her. Ich bin mir. Inventar. Es ist so wichtig, warum die sich auch auf, ich liebe es weiße. Wissen. Immer. Ich bin es. Ich bin, es gibt es aus dem,